vorschlag zu tonne steno anderswoch steno bedeutet steno video tja dann lieber nathan warum nicht mal ein superkortes und das zwei striche würden reichen steno video für das kürzel tonne machen leicht referierbar und findbar als tonne anderswoch steno das würde dann im ganzen internet unter dieser bezeichnung gefunden werden können und überall wo es dazu antworten gibt im internet die würde google wahrscheinlich auch finden sie wären der erste in der geschichte der stenographie der aus diesem semi visuellen dialog in den vollen audio visuellen dialog einträte smiley und damit die steno video community gründen würde vermutlich nicht nur der poster dieser zeilen würde sich freuen mut haben sie ja haben sie auch eine chem that's the question